Faszinierend heißt die Ausstellung, die Requisitenmodelle und Sammlerstücke von Star Trek in der Adlerapotheke in Eberswalde zeigt. Hier kann man sie alle bestaunen, die Bösen und die Guten, Klingonen, Borgs und Captain Picard. Exponate aus 45 Jahren Star Trek Geschichte, eine Ausstellung zum langersehnten elften Teil der Saga. Heute Abend feiert sie in den Kinos Premiere. Und wem das alles noch nicht reicht, für den gibt's einen Teil von Mr. Spock in Eberswalde jetzt auch zum Anknabbern. Guten Appetit!